blammer blammer schade gibt es jetzt zum teufel auf transindustrie die wohnfläche die wohnfläche ich glaube da kann man relativ schnell den weg finden so kompliziert genau wie so bilder von so labyrinthen in zeitungen wo es gar keine lösung gibt einfach das denkst doch nur du so richtig random was was bitte was bitte oh oh wollte ich verarschen ja was herz 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 verliebt Valentinstag Geheutelte herz her 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 Der Muskel. Herz schrägt mal. Der Muskel. Die Dunfache. Was ist das denn da, ey? Oh. Also da kann ich immer dieses machen. Ich hab ihn umbenannt, das ist nicht mehr Egon. Egon Muskel. Ihr seid alle die besten Dicker. Scheiße. Oh nein, wie heißt denn das? Ach, oh mein Gott. Nein, auch nicht. Alter, ich hab hier wirklich alle Möglichkeiten durchgespielt, bis auf das was es ist, ne? Ach, Mann. Ja, ja. Mega. Hi Pumpe. Gibt's nicht mehr in Deutschland. Leider. 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 Ah, schnitt's nicht. Oh Gott. Ruh an, da. Mann ey. Was? Ich wollte schon sagen. Wie macht man denn jetzt den Körper hier? Ich bin so blöd gerade, mir das so vorzustellen. Ja. Doch, doch, das ist richtig. Holy Shit, das ist ja richtig nice geworden. What the fuck. Ja. Das ist die beste Zeichnung, die ich jemals gemacht habe. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht warum, aber es erinnert mich gerade an diesem Schwertfisch aus Donkey Kong. Das ist ja mega geil. Das ist ja mega geil. So geil. Hä? Hä? Da wird irgend so ein Typ gerade abgestockt. Das ist so geil geworden. Das ist super so geil. Reiner Zufall. Das haben nur drei Leute erkannt, obwohl ich das wirklich so gut gemacht habe. Das war echt schön. So, Fabi denkt jetzt, er könnte in irgendeiner Weise diese zeichnerische Qualität einfangen. Weiß ich. Was bitte? Was bitte? Lama? Es geht hier. Lama? Wo ist Lama denn? Das ist nicht gut, dass die gerade gehen, ja. Dalai Lama ist gekommen. Ich muss meine Minutenzahl so kriegen, dass ich das gut in Views unterteilen kann. Aber wenn die alle so abfahren, ist das ja schwierig. Wir müssen das jetzt alles richtig schnell lösen. Nur so kann ich das gut teilen. Wir brauchen die Speedrunden jetzt, ja. Wir kicken einfach alle Leute. Ich meine, Carlo, du brauchst zu lange. Das muss man einfach so sagen. Das ist nicht gut. Das ist so ein Bogen. Ich gebe euch den Tipp. Das sieht aus wie so ein Torbogen. Tschüss. Das ist nicht der eiserte Vorhang. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Das sieht aus wie so eine Bühne. Wie so. Was macht der denn da? Junge. Wo? Abiball. What the fuck? Oh mein Gott. Ja, ich erkenne was das ist. Aber ich. Junge. Ostblock. Okay. Okay. Das ist, das ist, das ist ja. Oberbekleidung. Oberberlin. Quadriga. Berliner Tor. Berliner. What the fuck, Alter. Ich bin so am Ende. Ich bin so am Ende. Ob das noch los? Also das ist, das ist, also. Also das ist, das ist, also. Also eine Brücke, wo eine Autos drüber fahren. Oh mein Gott. Das habe ich schon erkannt. So eine scheiß Auswahl gehabt. Was hattet ihr von Flo gleich Stute? Was? Okay, gut. So kriegt man das schnell hin, dass wir noch durchkommen. Oh, Wien. Bitte lösen. Als nächstes soll Mr. Wien kommen. Okay. Bitte lösen. Was ist es? Ne, so nun auch wieder nicht. Kalt. Alt. Alt. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Was? Für den Münster. Für den Münster. Mit Pfützer. Wie? Tut mir leid, aber ich weiß, was ist das. Hm. Oh was. Was. Was? Ey. What the? Geil. Äh, oder alternativ auch... Da ist schon wieder so ne dumme Minutenzeit zum Video aufsplitten, wir müssen nochmal spielen. Ich glaube, wir müssen noch... ...Fund... ...Fund-Fund-Fund-Mode. This or that? What? Ach so, ja, ja, ich bin fair. Als wenn jetzt alle anderen nicht einfach... Oh ne, mach nicht Maschinengewehr-Versicherung, könnt ihr vergessen, ey. Maschinengewehr... Ey. Und jetzt? Ja. Creep. Was? Creep. Ach so, ja, das ist natürlich, äh... ...bitte nicht creepy sein, okay? Ben Schneider im Raum. Ich merke auch gerade, dass ich das ein bisschen komisch gesagt habe, jetzt. Aber nein, nein, nein. Uhhhhhhhhh. A la key. Okay. Bei diesem Projekt mit so Big Bang Theory Film drehen, hat jemand vorgeschlagen, dass wir eine Szene in einem Bordell drehen. Was? Was? Ist das cool? Mit Howard, halt. Warum? Spacken die Leute nicht da? Unter weiteren Lehren, erhalte das mit der Jugend frei. Okay. Scheiße. Einmal die Meta... ...messern lassen. Ach. Was? Was hast du gesagt? Meta-Stab? Meta-Stab? Im Moment, Fabi, also... Es tut mir wirklich leid, aber ich kann dir nicht mehr freuen, den Punkt. Wie war das? Klei. 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 Klei war jetzt wahrscheinlich. Klei. Ich mag das Tier da. Ja, es ist ein bisschen Finger, aber als was für so ein Hahn oder so. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt so? Nochmal. Nochmal. Was machen nochmal? Weil ich hab zum Beispiel... Ich hab ne scheiß Minutenzahl. Was soll ich machen? Ich hab ne dummes Zahl zum Teil der Videos. Das geht so nicht. Okay. Orientierung. Ich brauch das ungefähr 18 Minuten. Die Runde muss jetzt ungefähr 18 Minuten dauern, die Partie hier. Oh je. Dann hab ich's perfekt. Ach so, ja. Creep. Äh... Möchte ein bisschen stolen, hab ich das Gefühl. Creep. Das wird zwar nix mehr. Okay, wir müssen den anrausschmeißen, glaub ich. Kick den Piller. Kick ihn! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du hast ihn nicht mehr geklickt. Jetzt ist er doch dran. Picasso sein Pfarr. Hallo Kicken. Oh mein Gott. Äh... Das Worte ist einfach. Naja... Ach komm. Raus mit dem, hat da keinen Sinn hier. Raus mit dem Sack. Oh Schwambo. Schwambo! Ja... Wo... Ähh... Wo ist die Taste, links irgendwo? Gar mal links vom Teller? Eieiei. Ey, dieses Tablet. Ey, jetzt brauchen wir noch einen. Was? Oh mein Gott. Also können wir ein Popel. Vier von drei. Ich hätte auch für einen gegeben. Vier von drei. Vier von drei. Popel. Wesen ist der weg. Zeig ich jetzt nur den Tokikri. Vier von drei. Mörecher. Scheiße. Nicht Schweiz. Alter, der Neuzuwachs hier. Sancho, das ist doch die komische Taube von Casaglanders. Sancho. Dir fehlt noch dieser Ginwuzung kommen. Für eine Millisekunde. Ginwuzung. Können die mir vorstellen, dass das so ein Sintorianer ist oder so. Also. Petrus. War schön mit ihnen Geschäfte zu machen. Das ist ein Tier, oder? Oh mein Gott, yes. Was? Das sieht die so kacke aus. Nein, jedenfalls. Was? Was ist da denn los? Ohhhh! Was? Ich hab kein Gesicht, mach ja noch ein Gesicht. Noch ein Gesicht. War noch nicht mit weiiß? Achso. Oh, ja. Fanservice muss auch geboten werden. Oh, geil. Warum hat er blonde Haare? Keine Ahnung. Aber es gab ja eine Folge, wo er in der Tuba gespielt hat. Da passt das doch. Was war das gerade? Ich hab's genau gehört. Das war ein Stöhner, der mal nicht von mir kam. Ah, eins. Verschlussvertrauen. Was? Karriere-RT. Du musst da jetzt mal hinschreiben, es geht da nicht anders. Da sind verbotene Zeichen für dieses Spiel. So, ähm. Bitte lösen. Anhalte. Nice. Ein geil-O-Matico. Hier, mach doch eine Tür, dass er was einsteigen kann. Mama und Mutti. Ich verstehe es nicht. Alter, geil. Was ist das? Wie mit Fallgelegenheit. Alter, viele Menschen, ey. Komm.